Mal wieder, ne? Ich sag's immer vorweg, bitte jetzt schon deshalb geht gleich richtig los. Kein lange Fackel. So, Leute, langsam kann jeder, ne? Da wollen wir die Fahrten mal richtig starten, hier. Jetzt geht's los. Drehen wir die Kurve mal richtig wieder auf, hier. Tempo. Skate-Hit-Bot. Ich glaub, die Kurven haben noch ein bisschen mehr vertragsam, ne? Gelegen wir mal ein bisschen Anstand. Volle Karte, volle Power, volle Fahrer, 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 Fahrer. Hey, da sind sie da. Wir müssen jetzt noch nichts wieder aussteigen. Jetzt drehen wir die Propeller, rückwärts wieder schneller. Das ist hier, das ist die volle Fahrer, das ist das volle Tempo. So, ab geht's. So, auf geht's Endspurt jetzt. Jetzt regnen wir richtig los. Jetzt geht's euch an den Kragen, volle Karte, volle Tempo. Was geht, was geht, was geht, was geht. Wieder weg. Wieder weg. Auf, raus. So, wenn wir möchten, zur nächsten Temporeise jetzt schon wieder die Fahrschiff lösen. Ach, ist das eine wunderbare Fahrt, schau, das ist schon sämtlich. Also, gleich wieder die Schiffslose und zur nächsten Temporeise fahren. Windstation, bitte alle aussteigen.